Hi Leute! Hallo Leute! Hi! Wir sind zurück in... Oh, ihr seht das, wir haben die Hälfte geschafft. Und jetzt sind wir beim Job und jetzt kommen wir in Wolkenland. Und wir sind im Wolkenland angekommen. Okay, oh, jetzt sind ja glaube ich die, aber was ist los? Von Pfahl zu Pfahl, oh mein Gott, da kriege ich jetzt schon wieder schwitzige Hände. Leute, abonnieren, liken, kommentieren gerne, wie es euch gefällt. Das sieht glaube ich aus, dass man da hängen kann. Schauen wir mal. Schwierigkeit 2 sollte jetzt nicht so hart für uns sein. Drückt uns die Daumen. Ja, wenn euch noch andere Spiele einfällt, dann in die Kommentare. Genau, wobei wir jetzt schon eins oder zwei überlegt haben, was wir gerne ausprobieren wollen. Wir sind eine Sache und du darfst sie. Und ich glaube, man kann hier hochläften. Ja, kann man aber nicht verschwinden. Ich bin schon drüber. Ich habe nichts. Komm schnell. Ich habe den anderen schon rausgefahren. Ich habe ihn wieder aufgebombt. Also, ja, ich habe es. Komm her, komm her, Papa, komm her. Komm her, du kleine. Komm her, kleines Kätzchen. Das ist kein Kätzchen, das ist ein Koopa. Ja, ich meine dich als Kätzchen. Ich bin kein kleines Kätzchen, hallo. Ach, wüsst du. Okay. Okay. Oh, der geht bestimmt in die andere Richtung, ja. Vorsicht, Panzergeschoss. Ich sorg Vorsicht und spring selber rein. Papa, das schlägt ihn wieder weg. Komm her. Weiter geht's. Und. Ja. Wir müssen ordentlich klettern, ja, da hat er recht. Du darfst sie. Nein, nimm du. Okay. Wieso bist du König? Ich war doch König. Warte, ich nimm. Wieso bist du jetzt König, wo ich König war? Ich hatte doch die höheren Sachen. Ich weiß nicht. Eigentlich müsstest du König sein, ja. Ich babbel sie weg. 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 Ich bin hinter. Hier kommt Kupas raus. Warte. Ach nee, das ist doch nur für die Münzen zwei. Nee, da ist noch ein Block. Münzen aber aufpassen. Das verschwindet. Und hier geht, glaube ich, Kupas. Kupas? Kupas? Das ist ein weiterer. Geht rein? Nein, da kommt irgendwas raus. Also die Baris. Luigi Block. Ein Luigi Block. Hä? Wieso konnte ich den machen? Jeder kann das machen. Echt? Achso, ich dachte, in anderen Mario war das immer so, man muss den nehmen, den man... Den wir mal. Aber man kann jeden laufen. Hast du es gesehen? Ja, wenn man tot ist... Nein, warum? Hanno? Wenn man tot ist, aber man Mario Block ist, dann kann man den so oder so öffnen. Du darfst... Ja, nimm den. Ich hatte sie gerade noch verkackt. Ich hab's vermasselt. Nein, ich hab verkackt. Ich war ja der, der einzige war, was immer verkackt. Ja, aber ich war ja tot. Oh Gott, ich komme schon wieder. Oh! Okay, du bleibst da und wenn die Slime zieht, dann springe ich wieder. Sehr gut, Teamarbeit. Okay. Huh! Oh, schau, jetzt hab ich's. Aber wie krieg ich's? Du musst ducken. Huh! Zu viel geduckt, aber ich hab's erwischt. Ja, wenigstens. Aber clever. Also Leute, ihr habt das gesehen, wenn ihr euch duckt, dann kommt's hier mal nach unten. Ja. Ah! Und ich renn voll in den Sein. Warte mich, warte mich. Warte, warte, warte. Oh, du wärst fast hochgekommen. Da sind Röhre. Ja, wir müssen da irgendwie hochkommen. Warte, ich schieße einfach auf. Mei, oh mei. Warte, schnell. Kommt da noch einer? Ja. So meinst du nicht? So? Autsch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Da sind Röhre. Sehr gut. Äh, schnell, 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 schnell. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen, aber. Ja, gesehen, sehr schön. Ist die so, kann man sie dann noch tun. Ööö. Warum müssen wir jetzt da nach oben? Keine Ahnung. Was ist da oben? Ein Zehner. Der Zehner. Okay, ich hab ihn. Da! Aua. Er klettert noch. Er klettert noch. Und ich bin, hast du mich gesehen? Ich bin einfach vorbeigesprungen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich komm nicht wieder. Du gehst wieder nach hinten. Was machst du? Du gehst nach unten. Ja, du wirst halt auch runter. Hoffentlich sind wir jetzt nicht tot. Na, zum Glück. Vorsicht. Oh, was soll ich? Wenn es eine Sekunde ist, ich guck nach eine Sekunde und BAM. Ich weiß nicht, ich hab's gesehen. Kommt. Hä? Da oben. Wie soll ich da hoch? Äh, ja, einfach mal. Nein! Lauf. Was ist heute los? Also, ihr seht das, gell? Heute läuft's irgendwie nicht. Oh. Ich komm nicht hoch. Ich glaube, man kann... Man kann doch den werfen und dann drauf springen, oder nicht? Ja, aber dann muss man nicht sich gut hin. Gut timen. Oh, da kommt der. Oh, hab ich uns jetzt beide getötet? Ja, der hat... Immer wenn der so beinahe... Oh mein Gott. Ja, der hat vibriert. Ich hab's in den Controller gemerkt. Oh Gott, tut mir echt leid. Das hab ich jetzt so vermasselt. Äh. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ja, du darfst mir gerne... Ich hab's ja vermasselt habe. Gerade. Oh Gott, war ich jetzt schlecht. Oh Gott. Nein! Okay, wir lassen die Münzen jetzt mal... Hier schnappt man's einfach hier alle. Okay, zuck. Oh Gott. Bam. Ja, wir machen jetzt... Oh Gott, das ist überhaupt blöd für mich. Aber den Zehner haben wir trotzdem. Ja, Schanke. Vorsicht, ich schieße. Zack. Aber jetzt kannst du gleich hoch, denn wir beide ja klein waren. Na, schau her. Ja, du brauchst nur noch einen kleinen Schubser. Dann wirst du hoch. Ich komm nicht hoch. Vielleicht kommt man von der anderen Seite hoch. Na, oder? Warte, gucken wir. Nee. Aber doch vielleicht. Nee. Doch, doch vielleicht. Da muss man ja wohl hochkommen. Jetzt wäre ich schon wieder fast runtergefallen. Ja, naja. Na, ich komm nicht hoch. Sorry. Also, ich glaube, ich weiß wie, aber das wird es jetzt sehr schwer für mich. Es gab doch immer diesen Dingsprung, wo wir uns noch... Ah. Okay, okay, okay. Na. Aber wenn man springt, dann bleibt man so hoch. Ja, ich weiß. Lassen wir es einfach raus. Hilft nichts. Nein, aber wenn wir den geglückt haben, aber was ist denn der oben? Ja, aber der ist schon viel zu weit weg von dem anderen dann. Das kann ja auch so sein. Äh, wo springst du hin? Ich hätte gerade auf Mario geguckt. Exzellent. Ich bin mir falsch hoch. Wie du... Nochmal. Ey. Wir haben den ersten Samen gar nicht. Oh mein Gott. Oh Mann. Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, wo wir den Samen vergessen haben. Oh Mann. Aber ihr seht das, also heute bin ich echt kein guter... Ja, Teammate. Teammate. Ich koste heute so viel Nerven, gell? Nee. Aber wenn es euch gefällt, gerne wieder einschalten beim nächsten Mal. Oh Gott, das müssen wir wieder suchen. Kommentieren. Ja, liken. Und abonnieren. Ja, abonnieren. Das wäre cool. Vielen Dank an alle, die uns abonniert haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.